Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play! Wir spielen heute natürlich wieder mal Watch Dogs! Uns geht direkt auf, wir knacken das erste Auto und setzen den nächsten Punkt auf, die nächste Mission. Es ist ein Stückchen zu fahren. Ich freue mich jetzt schon, dass wir zusammen weiterspielen können. Ich habe zwar nicht so eine geile Kiste jetzt unter dem Arsch, aber das ist auch egal. Kann ich schon anklicken? Jo, nice! Leider dauert diese schäbige Brücke zu drehen. Eine Stunde, ey. Gefühlt. Aber, auch egal. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Hm, gute Frage. Nächste Frage. Ist jetzt schon ein paar Tage her, wo ich zuletzt gespielt habe. Hm, irgendwas mit CTS. Wir sind in den Bunker eingebrungen, das weiß ich noch. Der Damien hat meine Schwester entführt und mein Neffe, ist das der Neffe? Der ist bei einer Freundin untergebracht, das weiß ich alles noch. Aber, wie dem auch sei, ich weiß gar nicht, wie das neue Ziel jetzt heißt. Sehen wir dann gleich mal. Jetzt fahren wir erstmal mit unserer dicken Kiste. Oh, was ist das denn? Randalieren wir mal wieder. Okay. Oh. Oh. Ja, ja. Und machen wir es nochmal. Das war so schön. Nochmal. Wie viel Kilometer haben wir denn noch? Wo steht denn das? Irgendwie fehlt die Angabe gerade, ne? Oh, oh, oh. Wovor wir weiter so langsam fahren müssen. Schnappen wir uns mal lieber in die Karriere. Verpiss dich, mein Freund. Notrufzentrale, worum handelt es sich? Wir brauchen die Cops. Schnell, beeilen Sie sich. Holt doch die Cops, ey. Cops. Zitzi Zopp. Die wissen direkt, wo der Anrufer sich befindet. Scheiß. Internet. Ja, CtOS-Scan. Macht doch, was ihr wollt. Interessiert mich. Scheiß. Ich glaube, euch interessiert das auch. Scheiß. Oh, 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 oh. Boah. Habt ihr gesehen, wie ich die Kurve noch gekriegt habe? Kurve? Oh, nee. Jetzt kriegen die mich, glaube ich. Die machen den CtOS- Ah, nee. Doch nicht. Dieser, äh, äh, dunkel. Oder dieser grellgelbe. Der lädt sich auf und wenn der das Helle außen erreicht hat, bevor ich aus diesem Kreis raus bin, dann haben sie mich. Aber ich hab's geschafft. Oh, jetzt habe ich ein bisschen nicht aufgepasst. Aber ich bin erfolgreich geflüchtet. Ja, für dich für einen Glückwunsch. Aber man braucht einfach nur ein bisschen auf das Radar gucken und dementsprechend fahren. Oh, ich hab mir die Poller hoch. Ich hab gedacht, da vorne werden Poller und die werden hoch, dass ich die runter mache. Ah, egal. Ey, ey. Komm, haut ab. Oh, ich muss die da ballern, ne? Pass auf, pass auf, pass auf. Ähm, ja. Äh, sieht okay, aber irgendwie. Jetzt ist hier die Frage. Bleib ruhig. Schieß ich ihn jetzt einfach um? Wisst ihr was? Das mache ich jetzt. Machen wir das da einfach Voll drauf da, oder? Sind wir schon in dieses Gebäude eingedrungen Gucken wir uns das Ganze doch mal aus der Nähe an Oh, da kommt einer schon zu nah Scheiße Ich hab's alles nicht so schlau von mir gemacht Aber egal, jetzt gehen wir schnell Die sterben ja alle gar nicht Irgendwo werd ich glaube ich von der Seite abgeschossen oder so Keine Ahnung Ich glaube ich hab auch eine scheiß Waffe, ey Gehe sterben du kleiner Pisser Veteran-Kill Wo ist denn da einer Nächster Nachladen Ich geh mal ein Stückchen wiederholte Verstärkung Ich glaube ich bin tot Ich glaube ich bin so gut wie tot Oh mein Gott Oh scheiße Kommt ihr hier vor? Na gut, die sind alle kein Problem, oder? Na hoffentlich Wo ist denn der? Ach da Boah Boah, scheiße Den hab ich gar nicht gesehen gerade Boah Noch mal Glück gehabt So Einer kommt von hier, oder was? Wo sind die denn alle? Die sind hier alle Hab ich nicht noch so Granaten? Probieren wir das mal Hey Mann, die sind auf dem Radar, aber die sehen Die sind hier gar nicht So, jetzt machen wir mal weiter hier So geht das ja alles So, nächster Da ist noch einer Dann holen wir uns direkt Boah, scheiße Wir haben hier das alles nicht so geklappt Wie ich mir das vorstelle hier gerade Habe ich den getroffen? Das ist gepackt Ja, ich laufe ja schon hier raus, ey Scheiße Fuck you! Also so macht man das eigentlich nicht Okay Ganz kurze Erklärung Ich habe ein anderes Spiel gespielt Während der Zeit, wo ich gerade mal eine Pause hatte Und in diesem Spiel Ist die Steuerung ein wenig anders So, jetzt stehe ich wieder im guten Licht da, glaube ich, oder? Sehr gut So, den einen da, den killen wir Jetzt, wenn der sich umdreht Ganz leicht Leise Dann sind wir nämlich schon drin Der dreht sich jetzt, glaube ich, um Hat er eben auch gemacht Was soll's, nicht mein Problem Dreh dich um, du Pisser Ja, nicht so Kann ich nicht, äh Ist da draußen jemand? Geh weg, Mann! Oh Mann, geht denn hier alles kaputt? Dann gehe ich durch die Hintertür, oder? Ich muss die Waffe, äh, den Dings mit dem Zugangscode Ey, warte mal, was ist das denn? Da kann ich hier alles von oben Ich spring mal nochmal Ey, spring mal drüber, Mann Ey, das ist auch gar nicht so verkehrt Da kann ich von hier oben vielleicht ein bisschen was machen Kann ich hier durch, ne? Ist hier irgendwas? Hier ist ein Pausenraum von denen, ey Ja, Solarzellen haben wir hier auch Ist mir eigentlich alles relativ Einen habe ich schon mal umgebracht Mit einem schönen One-Shot Kopfschuss Wo sind denn hier noch welche? Ah Komische Farben hier, ey So, ich habe schon zwei umgebracht Bevor hier überhaupt was passiert ist Dann kann ich jetzt da noch was sprengen Habe ich hier noch Kameras? Nicht, ich suche woanders weiter Hier ist alles sauber, ich suche woanders Boah, der Wichser Habt ihr das gesehen? Jetzt wissen die wieder wo ich bin Was soll ich dazu jetzt sagen? Ich muss jetzt wissen Komm Wo seid ihr denn alle? So, weiß was wir jetzt machen, Jungs Ach, da passiert uns nichts Jetzt sind wir tot Pass mal auf Nee, aber Ja, ist okay Schieß mich ab, ey Ich mach das jetzt anders Ich spring jetzt hier drauf Fahr runter, mein... Ey Nervt mich das Ich wechsle jetzt meine Position mal eben Ähm Einfach nur Das war da hinten irgendwo, ne? Der Rückhintereingang Oder Wo bin ich jetzt hier falsch? Bin ich auf der falschen Seite? Naja, zwei sind hier vorne Achso, ich bin auf der anderen Seite Willst du mich verarschen? Was hat der für Waffen? Er hat mich ein paar Sekunden nur gesehen Ich hab meine ganze Munition drauf geschossen Gibt's doch gar nicht Ja, jetzt wird's langsam peinlich Also ich würd's sagen Ich bin eigentlich schon gar nicht so schlecht Aber ich bin jetzt zu ungeschickt Machen wir das jetzt noch mal So Brauchen wir denn hier welche? Headshot Kann ich hier nicht einfach Auf den Schädel... Hab ich nicht hier so ein Sniper-Teil? Naja Hier? Naja Hier? Auch nicht Ne, da muss ich damit umgehen Na, wo sind sie? Ja Einer kommt wieder von hinten Da unten ist einer Hab ich gerade im Radar gesehen Der ist tot Ich glaub der konnte mich nicht mehr Äh Nicht mehr weitergeben Mein Standort oder sowas Aber da wissen schon welche Dass ich komm Kampfverstärkung Hier muss ich umbringen So, dann ist er weg Äh, ja Was machen wir jetzt? Keine Ahnung Hier vorne kann ich was sprengen Allerdings will ich das erst Der Auftrag ist noch offen Will jemand? Betrachten Ah, das ist mein Ziel Da sind die Autos Die jetzt kommen Ich glaub ich hab die Äh, umgebracht jetzt Aber So sicher bin ich mir auch nicht Ich versuch grad das mit dem Radar Irgendwie auf die Kette zu Gehen Ich hab die hier vorne So, einer weg Ich bin getötet Granatos Ich geh jetzt durch den Haupteingang So wie gerade eben Das muss ja klappen Wo ist denn der? So, einer weniger Äh, da muss auch einer sein, oder? Wo sind die? Boah, das war so einer Der so ewig lange braucht zum Umbringen Scheiße Scheiße Äh, ja Ich hab keine Ahnung Ey Ich mach das jetzt einfach mal Ganz in Ruhe So Ich lass mich jetzt auch nicht Aus der Ruhe bringen Ich mach das jetzt einfach irgendwie Ich versteh doch nicht Wieso ich die nicht sehen kann Die Pisser Irgendwo musste hier auch einer sein Hier sind mehrere rote Keine Ahnung wo die sind, ey Boah Glück gehabt, dass ich dem Direkt auch im Kopf geschossen hab Oh, der hat ne dicke Der hat ne dicke Waffe Jetzt steht auf einmal einer rechts neben mir Oh, der Der hat mich schon wieder fast erledigt, ne Dieser Hurensohn Das hat so, der hat so einen Stern So, jetzt hab ich's geschafft Der hat mich eben schon kalt gemacht, ne Weil der so ne krasse Waffe hat Was hat der, kann ich das nehmen? Hat der's genommen? Nein, kann ich wieder nicht nehmen Keine Ahnung Auf jeden Fall haben wir wieder alles Schwachstelle erkannt Keine Ahnung Ich hab's irgendwie geschafft Weiß der Geier wie Zugangscode Ich hab' keine Ahnung Wie ich das gemacht hab Ich muss jetzt hier dieses komische Rätsel wieder lösen Äh, der muss auf die Seite Zack Der ist auf Umdrehen Der ist auf Äh Keine Ahnung Äh Der muss von der Seite Auf Da brauch ich den Da muss der doppelt gelegt werden Der muss Umgedreht werden Äh, ne In die beiden Richtungen So Damit ich den aufmache Den leg ich um Und mach den auf So Irgendwie, ne Ja, hat geklappt Keine Ahnung Wie Ja, das Das machen wir jetzt Ich mach's einmal Um's nochmal zu zeigen Ja Schön aus Wie viele solcher Daten sammelt das CTOS? Scheißegal Wo speichern die das? Dann ist ne Kamera Damit komm ich rüber Zum Hacken, ne Ja Zum Entriegeln Oder was auch immer Na, machen wir das mal Ach, Leute Mir brennen die Augen schon Nach einem Spiel Weil es mich so aufgeregt hat Äh, was haben wir denn hier? Was war's? Ich hab irgendwas aber freigeschaltet Keine Ahnung Ja, wir sind schon wieder Hier durchgekommen Ich glaub die Messe uns ist beendet Ich wollte nur sicher gehen Dass alles gut hier Zuerst will ich wissen Ob Niki okay ist Wir haben nichts von ihr gehört Sie verarbeitet noch ein paar Dinge Sie braucht etwas mehr Zeit Ja, ja Jackson vermisst sich fürchterlich Sie könnte wenigstens anrufen Er ist sehr angespannt Und fühlt sich nicht wohl hier Ich verstehe Und lass es sie wissen Ah, Yolanda ist die Frau Wo der, äh, kleine Junge ist Dann, äh Rufen sie mich bitte an Mach ich Und sie kümmern sich um ihre Schwester Ja Machen wir Ja, wir haben die Mission erfolgreich absolviert Naja, mehr oder weniger erfolgreich Vielen Dank fürs Zuschauen Und schaltet doch einfach ein Wenn es wieder heißt Let's Play Watch Dogs Und Ich garantiere, dass ich nie wieder so einfach sterben werde wie jetzt Ich muss im Training bleiben Und das werde ich für euch Macht's gut Bis zum nächsten Mal Euer Micha Bis zum nächsten Mal Langsch� Bis zum nächsten Mal sprób Vielen Dank.